So, seid gegrüßt zu diesem Dungeon Run. Ja, ich bin jetzt in der Gruppe drin. Es geht darum, um Weltstufe 4 freizuschalten. Ich hoffe, die Mitspieler stört das nicht. Genau, und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ja, ihr entscheidet. Also, es sind keine aus dem Clan, sondern random Leute. Ja. Okay, ist aber schon mal gut zu wissen, dass es auch Leute gibt, die dann einfach mal weiter rennen. Oder falsch rennen. Ja, es geht halt darum, um Weltstufe 4 freizuschalten. Ja, diesmal halt mit der Schattenskillung. Äh, es könnte halt etwas hakelig werden. Ich weiß nicht, ich bin noch 6 Stufen unter denen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, auch mit der Aufnahme das Kunsttier soweit. Auch mit meiner Stimme. Ich musste nämlich erst mal mein anderes Mikrofon wieder anschließen, da es sonst zu Schwierigkeiten gekommen wäre. Äh, und da liegt er schon wieder. Ich hau' ich hau' ich hau' die erst mal platt. Okay, er kümmert sich grad drum. Rückt, dann hol' ich ihn erst mal wieder. Ja, in der Dreiergruppe ist das Ganze wohl etwas schwieriger. Ja, dann ruf du deine Minions. Ich weiß ja jetzt nicht. Okay, der eine ist 60. Ich bin 64. Fast 64,5. Und der eine ist 50. Wow, diesmal hat es sogar mich zerrissen. Oh. Na, mal gucken, ob mich einer wiederholt. Ja, danke. Ja, das wäre auch sonst ziemlich gemein. Ja, da habe ich irgendwie... ...gerade ein bisschen falsch geguckt. Beziehungsweise bin wohl falsch gestrungen. So. Ich glaube, da muss ich den einen... ...muss ich tatsächlich Elite-Skill hier nehmen. Achso, das sind es ja eher. Okay. Moment, dann nehme ich nämlich hier einmal meinen Elite-Skill mit. So, da, da. Hm. Okay, bei denen brauche ich das jetzt noch nicht wirklich. Okay. So, bei denen jetzt auch nicht unbedingt. Hm. Wohl, komm. Ich zünde ihn einfach mal. Puh. Ja, 26 Sekunden Abklingzeit noch. Wobei ich ihn dann tatsächlich... ...ääh... ...eher da hinsetze. ...ääh... ...ääh... ...abst, das war gerade falsch rum. Ääh... ...sorriiii. ... ...ääh... 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 ...So, es... ...jetzt muss ich den erstmal... ...hier hinsetzen. Ja, aber sag mal. Ja, zahlah. So, hier. Einmal den Elite versuchen zu zünden. Hat auch geklappt. Ja, ja, komm. Du willst erst mal baden hier. Ja, du auch. Da kommst du hier auch, mein Feindchen. Idiot, mach Platz, wollte ich sagen. Und da liegt er. Ja, ich bin eingefroren. Wer hat denn jetzt? Okay, er hat ihn. Äh? Okay. Ja, super. Ja, du entscheidest. Okay, dann gehen wir da lang. Auch in Ordnung. Ach, jedes Mal der gleiche Käse. So. Huf. Also, ich glaube, zu dritt könnten wir es packen. Auch wenn wir noch keine Stufe 70 sind. Ah, was hat er denn? Wieso hat er denn das jetzt gezündet? Ja, wahrscheinlich aus Versehen. Egal. Macht nichts. Huiuiuiui. Ah, Gift. Ja, ich vergesse, dass ich immer so essentiell empfindlich gegenüber Gift bin. Okay, hier hat es jetzt mal gut gezündet. Oh, Mann. Hm. So, lebt er noch? Ja. Okay. Okay. Ach, ich sehe es doch auch da. Ach, lol. Noch 20 Sekunden für meine Elite. Oh, okay. Komm, ich retz dich. Bitteschön. Ja, es ist knackig. Muss ich gestehen. Es ist hart. Ja, ich habe noch 28 Sekunden Cooldown auf meine Elite. Das ist blöd. Wieso zündet er sein Schutzschild nicht? Das verstehe ich nicht. Ja, wir müssen ja hier lang. Ah, schön. Das, das war eine, äh, eine coole Kombo. Ich habe sie durch meine Elite zusammengezogen und erst hier zu einem. Also, das meine ich jetzt ernsthaft, ne? Da liegt leider der Nächste. Ne, ich kann jetzt nicht retten. Sorry. Boah. Hat. Hauptsache nicht beide, äh, beide liegen. Steht er schon wieder? Ne. Hey. Äh, wieso ist er denn jetzt? Ah. Uiuiuiui. Wieso ist er denn jetzt da hinten? Ne, äh, naja. Okay. Egal. Ne, es ist hart. So, wirklich viele XB kriege ich dann auch nicht. Nächste. Ah, er spielt auch Minion. Wieso sehe ich das denn jetzt erst, dass er auch Minion Master spielt? Hey. Naja, egal. Oh, makelloser Topaz. Super. Okay, hier sollte ich meine Elite zünden. Cool. So. Also, wenn ihr das Ganze seht. Stop. Also, ihr seht es vielleicht, dass die beiden oberen, dass ich die ausgegraut habe. Upsi. Wieso geht denn das jetzt schon los? Naja. Äh, das war, glaube ich, falsch. Ah, weil er schon wieder da ist. Okay. Super. Also, ich werde das Ganze dann nochmal nachbearbeiten. Beziehungsweise, wenn ihr es seht, dann habe ich es schon nachbearbeitet. Also, ich weiß halt nicht, ob die beiden das wollen, dass ihre Namen da gelesen werden. Äh, ah, okay, jetzt habe ich ihn. Äh. Daher habe ich sie halt, oder werde ich sie halt ausgrauen. Das ist ja ein Grauen. Äh. Oder so. Nein, Spaß. Ne, hier unten geht's lang. Uh. Es ist aber auch mies, was wir hier an miesen Effekten haben, ne? Davon mal abgesehen. Ah, verdammt. Hier, da ist der Elite. So, ich habe den zu früh gezündet. Äh, Scheibenwohnig. Ich habe meine Elite-Fertigkeit zu früh gezündet. Na toll. Oh, wer geht denn jetzt gerade? Oh, das wäre ich beinahe gewesen. Upsi. So, zwölf Sekunden brauchen wir noch. Ja, oh, 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 oh. Ihn erstmal hier weg. Das wäre jetzt eine Riesen-Katastrophe. Ja, genau, da wäre es, äh, wollte ich gerade sagen. Da wäre es, glaube ich. Ui, 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 ui. Okay. Da hat's mich einmal gerissen. Dann renne ich ebenfalls schnell wieder hin. Okay. Ich bin nicht wirklich weit weg. Dieser Wind-Heini, der muss hier definitiv rausgenommen werden. Oh, ich weiß auch nicht, was das ist. Warum ich immer wieder... Ach nee, hier ist noch ein Spieger... Äh, ein Spieger. Wo ist der? Uff. Mal kurz Luft holen. Ich bin noch nicht bereit. Uuuuuh. Ah, okay. Jetzt sind sie down. Uff. Hä. Schweetz! Hehehe. Ach nee, stimmt. Das war ja das Tolle. Ja, könnt ihr euch mal entscheiden, wohin? Ja, trennen sollten wir uns vielleicht nicht. Ja, er macht mit seinem Einfieren schon das richtig. So. Der Diamant ist mir egal. Jetzt tatsächlich. So. Wo ist der scheiß Boss? Da ist er. So, einmal die vier genau ranziehen. Ja, schön. Ah, den Boss... Oh. Wieso ist denn meine Waffe beschädigt? Ausrüstung fast kaputt. Uuuuh. Ja, genau. Lenk ihn mal ab. Ja, okay. Er sollte auch besser rennen. Das ist besser. Ei, ei, ei. Uuuuuh. Ja, der ist raus. Ja, er wurde schon wieder gekillt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Naja. Ah, es ist aber auch mies mit den ganzen Spezialeffekten. Boah. So. So. Durch das Einziehen ab ist natürlich leicht. Mit meinen Fertigkeiten. Ja, die normalen Mobs, die gehen relativ schnell down. Thermalmar. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie lang ich jetzt schon aufnehme. Ihr werdet ja am Ende sehen, wie lang das Video läuft. Wo da gelaufen ist. Oh, schön. Ein Paragon Punkt mehr. Oh, wow, 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 wow. Ja, ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie schreiben, stopp, dass ich in die Stadt zurück muss. Stopp, 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 stopp. Jawohl, schön eingefroren. Ach nein. Oh doch, Gott sei Dank. An der richtigen Position gezündet den Elite. Oh, das wird teuer fürs Reparieren. Puh. Puh. Äh. So. Heiliges Blechle. Genau. Da spielt einer, glaube ich, mit Controller. Ja, jetzt sieht das Ganze doch schon mal wieder ein bisschen anders aus. Ja, okay, da war jetzt der Elite-Zünden vielleicht etwas zu früh. Interessiert mich aber nicht. Hehe. Aua. Oh, meine Knochen. Ja, jetzt, jetzt hätte ich den Elite zünden müssen. Hab aber noch 15 Sekunden Cooldown. Äh, sieben Sekunden. Ja, jetzt kann ich ihn zünden. Ui, jetzt, und jetzt ist er abgedampft, ne? Ui, 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 ui. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Puh, schwitz. Kann ich das erkennen? Oh ja, 22 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich weiter wäre, wenn ich Solo hier drin wäre. Ja. Okay. Der ist auch weg. Na. Ah, hier ist noch ein Gifty. Gifty. Ah, sorry, Leute. Es ist alles ein bisschen anstrengend gerade. Weil wir sind ja alle underleveled. Ah, richtig interessant wird es eigentlich erst, wenn wir zum Endboss kommen. Und dann mal das packen. Ja, ja, komm. Okay, also ein oder zwei Bosse fehlen noch. Ich weiß nur nicht wo. Nee. Da. Ah ja, genau. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt wieder in MP4 aufnehme. So, so. Und schüss. Erste Boss down. Zweite Boss down. Ei, ja, 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 komm, du brauchst gar nicht denken, den Boss hier wieder zu beleben, mein Feindchen. So. Also, ich hoffe, auch das Windgebläse stört nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das hört. Geil, es ist doch lecker warm hier. Oh, nee. Äh, explodierer. Oh, okay. Wenn's dann jetzt heißt, von wegen, ja, du musst erstmal Stufe 60 werden, äh, 70 werden, bevor du die Stufe dann spielen kannst, das wär ärgerlich. Oh, schön eingefroren. Jawoll. Gegner super geplatzt. Äh. Okay. Ich retz dich. So. Na, ich hoffe, er lebt noch ein bisschen und geht nicht gleich baden wieder. Ja, das könnte, dürfte der Letzte sein. Jawoll. Oder, ja, das war er. Super. So. Hä? Wo hat er denn da? Ja, okay, zu einer Lichtkugel. Ja, ja. Diesmal hat er, hat die Falle gar nicht so lange gewirkt. Leider. Egal, egal, egal. Weiter geht's hier. Jawoll. Die Tür mal auf. Oh, oh. Äh, äh, äh. Hä? Äh, okay. Ja, und jetzt kommt der Boss. An dem bin ich leider sehr häufig schon gescheitert. Äh. Ja, okay. Er lebt wieder. Genau, das ist, wäre eigentlich gut. Gut. Ja, vergiss es, vergiss es. Ach, er liegt wieder. Ich hol schon, ich hol schon. Hau du zu. Ah, nein, da hat's mich diesmal gerätzt. Jo, wir liegen alle drei. Ah, okay. Wir haben noch einen vierten mit. Äh, ja. Okay. Haben jetzt noch einen vierten mit dazu gekriegt, einen 94er. Okay. Uiuiuiui. Ich bin noch nicht bereit. Äh. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er mit reinporten kann. Ja, kann er. Super. Äh. Ja. Okay. Das ging schnell jetzt. Huf. Nee, heilig. Selten. Äh. Äh. Thank you. I. So. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf Wulf Mingan. gekriegt. Ja, Mann. Feder. Bei uns. Für. wyn. ess.